Maximilian Adalbert Krampf, genannt Max Adalbert, war ein deutscher Theater- und Filmschauspieler, der vor allem in komischen Rollen glänzte. Er wirkte in über 40 Filmen der Stummfilm- und Tonfilmzeit mit, trat aber auch im Kabarett auf. Leben Der gebürtige Max Krampf stammte aus einer preußischen Offiziersfamilie und nannte sich als Schauspieler frühzeitig, Adalbert. Als 19-Jähriger debütierte er in Lübeck und erhielt 1894 am Stadttheater Barmen sein erstes Engagement. St. Gallen, Nürnberg und Wien waren weitere Stationen seiner Theaterlaufbahn. Er übernahm zunächst typische Liebhaberrollen, war in Stücken von Tolstoi und Schnitzler erfolgreich. Der Journalist Kurt Pintus schrieb anlässlich eines Gastspiels in Wien in der Bühne über den Schauspieler, er sei der, verknautschte spießig-filiströse Kleinbürger der Großstädte. 1899 kam er an das Berliner Residenztheater. Bekannt wurde er in den folgenden Jahren vor allem am Kleinen Theater und dem Deutschen Künstlertheater. Adalbert wandelte sich zum Komiker und stand mehrmals zusammen mit Kurt Boah auf der Bühne. Im Dezember 1924 gründete er mit anderen Künstlern das Kabarett der Komiker. Am 30. Mai 1931 spielte er erstmals am Deutschen Theater die Titelrolle von Karl Zuckmeiß der Hauptmann von Köpenick. Durch ihn, dem diese Rolle wie auf den Leib geschneidert war, wurde das Stück ein großer Bühnenerfolg. Im Stummfilm erhielt Max Adalbert seit 1915 einige Nebenrollen. So wirkte er in den Fritz Lang-Filmen Der müde Tod und Doktor Mabuse, Der Spieler mit. Seine Bedeutung für den Film änderte sich schlagartig mit der Einführung des Tonfilms, wo er sein Berliner Mundwerk voll zur Geltung bringen konnte. 1931 glänzte er nun auch im Film in seiner Paraderolle als der Hauptmann von Köpenick. Max Adalbert starb während einer Gastspielreise in München an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde am 18. September 1933 auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf beigesetzt. Untertitelung des ZDF, 2020